Ja, wir hatten jetzt schon die drei. Jetzt machen wir weiter in den zweiten Teil. Tja, wir hatten jetzt erst den zweiten Teil, ne? Ja, natürlich! Man sieht, du hast gerade gesagt, den dritten Teil. Egal. Auf jeden Fall, das waren die drei Horror-LPS, die wir gezeigt haben. Ich finde die gar nicht schlimm. Die sind keine Horror-LPS für mich. Die sind eigentlich schön. Hallo? Guck dir mal diesen Hund an. Ja, der hat einen harten Kopf. Da. Au, nein, aber guck mal, die Farbe hier unten passt gar nicht zum Kopf. Ich finde eigentlich schön, aber egal jetzt. Und jetzt das Super. Hier, der Kuchen. Der Kuchen, dieses Herz, den kann man abmachen. Ja, es wird gar nicht. Es wird gar nicht. Du trafst die Gäste nach unten, man kann gar nicht sehen, was man... Okay, es wird gar nicht. Man sieht einen Fuß. Egal. Auf jeden Fall ist hier so eine Medizin, das ist hier so abgegangen. Und hier dieses... Dieses Stethoskop. Ja. Du weißt immer diese Wörter. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich bin schlauer als du. Der Pokal. Aber wir sind in der gleichen Klasse. Diese Getränkebecher, die bekomme ich von Melissa. Also die ich geschenke. Und das auch? Das gehört dazu. Das bekomme ich nur vielleicht. Das ist halt so ein Verhältnis. Ja, weil ich jetzt diese zwei Getränke bekommen habe. Die sind so cool. Ja, die haben wir euch im letzten Video gezeigt. Die sind Hobbit. Hier ist dann noch so eine Medizin. Ich frage mich. Du möchtest das nur haben, weil Lily und Cili das haben, ne? Nein. Kennt ihr die? Die sind richtig cool. Jeder kennt die bestimmt, die unsere Videos gucken. Du kennst die aber nicht. Doch, ich kenn die. Ich kenn sogar das erste Video. Hier ist hier Dogfood. Also da steht das auch drauf. Und hier ist dieser Kamm. Hallo. Was ist das denn? Diesen Kamm, den kannst du auch haben, wenn du möchtest? Wie machen die das irgendwie durcheinander, ne? Ja. Das bekämpft. Das machen lustig. Okay, auf jeden Fall erzählen wir euch noch die letzten drei Epis. Ich möchte dich haben. Ich möchte dich haben. Du musst es gar nicht mal, ne? Hallo. Okay, wir machen mal. Ah, mein Schleif ist abgefallen. Okay. Ist egal jetzt. Okay, jetzt geht es mal weiter. Eins, zwei. Okay, jetzt geht es weiter. Ja, die, du, etwas. Also auf jeden Fall. Diese Oli. Will die uns noch runterfahren? Ah! Man kann dich nicht sehen. Man kann dich nur sehen. Man kann das einfach erst nicht sehen. Hier. Diese Oli ist eigentlich ganz cool, aber... Aber... Ich seh's noch. Guck mal, warte, 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 warte. Aber wenigstens hat sie diese Greifer noch. Wenigstens kann sie nicht irgendwo festmachen. Ja, aber ihre Füße sind eigentlich auch hart genug, dass sie sie festmachen kann. Aber das ist voll gut eigentlich, weil die haben andere Farben. Auf jeden Fall, dann gibt's doch... Hey, wo die andere LPS? Wo hab ich die her drin gebackt? Hier. Ähm, diese Schmutterling! Aber das Kind auch. Und jetzt der letzte LPS. Das ist dieser Hund. Das ist ein, ähm, Windhund. Der hat so Melonenohren hier. Das ist ein Windhund! Lecker, lecker. Aber warte, warte, der hat hier so einen Melonenohren irgendwie. Wir haben Melonen, also... Warte, du kannst ja noch was weißen. Melonen, Kamera! Okay, wir sind fertig! Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sind uns beim nächsten Mal. Warte kurz. Wir sind gleich wieder an unserer Studie 1, 2, 3. Okay, wir sind gleich wieder... Ja, das war unser zweiteiliges Video. Melissa! Das war unser zweiteiliges Video. Ja, ein verrückter Arm! Okay, das war unser zweiteiliges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Au, du hast mich gerufen? Zu Channel? Zu Channel? Hey, ich geh jetzt weg, Mann! Bye, Leute! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.